Wir wollten das, was wir an der Uni gelernt hatten, für etwas Sinnvolles einsetzen. Angefangen haben wir zu dritt, heute sind wir 30, Flo und Simon, die beiden Gründer von Polarstein. Polarstein ist der erste Energieversorger mit einer Gemeinwohlbilanz. Wir bringen die Energiewende weltweit voran, ausschließlich mit erneuerbaren Produkten. Wir ticken auch ein bisschen anders. Es geht um mehr als nur um Energie, es geht um werteorientierte Wirtschaft allgemein. Mit unseren Kunden bauen wir Mikrobiogasanlagen in Entwicklungsländern. Bisher haben wir 25.000 Menschen damit geholfen. Wir verändern den Energiemarkt hin zu dezentralen, flexibleren Modellen. Wir wollen, dass die Energiewende wieder Spaß macht und genauso müssen auch unsere Produkte Spaß machen. Die sind einfach gut designt, von der Usability, das stimmt alles. Das Schöne ist, jeder kann jetzt sofort mitmachen. Alle, die Bock haben, etwas zu verändern und die Energiewende mitzugestalten. Das Schöne ist, jeder kann jetzt sofort mit meinen Schöne AD-MARL-Geräusern gelogen sein. Das Schöne ist, jeder kann jetzt einfach mit meinen Schöne.